Der Rhein ist Europas wichtigste Binnenwasserstraße und eine der am meistbefahrenen Binnenwasserstraßen der gesamten Welt. Er ist wichtig für Schüttgüter und Massengüter wie Kohle und Stahl, er ist wichtig für Container und Schwertransporte, er ist wichtig für die Düsseldorfer Sprinterproduktion. Denn weite Teile der hier produzierten Fahrzeuge werden per Binnenschiff nach Rotterdam gebracht, um von dort in die ganze Welt zu gehen. Und der Rhein hat Potenzial, denn der Rhein hat freie Kapazitäten, die sich relativ leicht erschließen lassen. Der Rhein hat mit dem Binnenschiff einen sehr umweltfreundlichen Verkehrsträger und die Häfen in Antwerpen und Rotterdam stellen sich darauf ein, zukünftig weite Teile der dort angelandeten Güter per Binnenschiff ins Rheinland zu schicken. Und darauf müssen wir vorbereitet sein, bei jedem Wetterphänomen, das heißt bei Niedrigwasser und bei Hochwasser. Und dafür brauchen wir die Einvertiefung von Duisburg bis Stützeberg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.